hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play ww wir sind bei folge 135 ich hatte ein bisschen aufgeräumt jetzt aber leider funktioniert immer halt nur noch etwas kürzer und folgen mit 15 minuten aber ich denke das funktioniert auch wir müssen immer noch in die mystiker und die zermalmer der felsfäuste töten fangen wir doch gleich an machen wir die mal rund jetzt gelesen unter ein zwei videos dass das recht lange dauert aber das habe ich ja schon gesagt das ist lange dauert im gegensatz zu mittlerweile hat das wirklich damals ewig gedauert gefühlsmäßig und wir sind ja schon bei 135 video ja das das geht manchmal schneller als man denkt oder auch nicht denkt aber keine pfeile mehr schwach doch haben wir schießt er denn nicht oder vielleicht falsch darauf gedrückt ob das kann sein und eigenwillig der type aufpassen was man drückt geht mal wieder nicht so gut für unseren freund aus aber doch ich habe eine könnte doch noch gut gehen könnte funktioniert dann ganz gut schön nochmal glück gehabt dann start zuerst er ist wieder hinüber oder 96 300 weichei versuche ich mal neu zu laufen kriegsperlen wo sind wir fünf stück kommen wir die sind leider seelen gebunden die dinger ne ja wir haben auch viel gebunden ja das wäre cool wenn man die noch verschicken könnte könnte mit seinem maincher dann fahren dann durch die gegend schicken das ist ein bisschen aufgeschlossen ich meine ja Mystiker fehlen uns noch ein paar und Zermalma fehlen uns noch, aber ich denke, das kriegen wir auch hin, Zermalma, Mystiker, okay, dann haben wir alle Zermalma fertig. Ich muss gucken, dass ich schon gleich wieder heile. Ich muss mal gucken, was man alles für den Mana-Trank brauchen kann, ich muss sich mal ein paar herstellen. Kriegt das, wir kriegen auch was. Hier, das heißt die zwei, dann haben wir 12, 13, 14, 15 holen wir uns auch noch. Ähm, das war nicht so geplant. Wo es nachher ganz knapp wird, total, ah, passt, passt. Okay, brauchen wir keinen Eierlauf mehr machen. Lass die mal versuchen wegzulaufen, finde ich albern. Läuer, Läuer, sollen sie es versuchen, ne? So. Ich hab mir sowas gedacht. Oh, voll die umgehauen hier. Ich hab's mir gedacht. Ehrlich, ich hatte sowas im Blut. Ich hatte sowas im Blut. Bein, äh, Wolf. Oh. Äh. Äh, Wolf. Öh. Äh. Äh. verwöhnt ich habe auf dem real server gespielt und ich glaube ich schon erzählt und wieder ans massenluten gewöhnt das ist was furchtbares also was cool ist aber wenn man dann wieder hier spielt immer noch verdammt das einzelne gut ist halt wie es ist und was ich ganz ganz furchtbar vermisse ist das tundera reise mammut drauf verkaufen weiter drauf reparieren weiter ja leider leute aber gut okay die mahl habe fertig ja ich verstehe ja ich werde verrückt ja jetzt klingelt auch noch mein telefon unglaublich ist mitten am morgen hier ich mach mal kurz pause wir sehen uns nachher wieder so dann sind wir wieder zurück irgendwie so da sind wir zurück gerade wollte es nicht so der guteste ist auch schon wieder respawn direkt nochmal holen manchmal ist es schon was beim telefon aber gut kennt wohl jeder selber das ist nur eine flasche was zu trinken habe ich mir noch geholt so mit trinken geht alles viel besser so jetzt sind wir schon 20 noch zehn von den typen typen ist gut noch zehn von den tieren und wir haben alles so schön 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 manchmal muss man gucken wie man mit den tasten klarkommt oder auch nicht klarkommt so ich hoffe jetzt stört keiner mehr schon schön 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 ach die fallen hier wie die fliegen und ich habe gesehen müssen unbedingt reparieren wir haben noch 20 prozent bei der armbrust das könnte etwas mau werden aber gut normal sollte uns das erstmal nicht stören solange wir nicht sterben wenn wir sterben dann wird es etwas kritischer ich weiß gar nicht wie viel prozent wir verlieren wenn wir sterben aber es wird auch noch kein männchen angezeigt man kommt ja dieses komische männchen wo er orange ist oder so ich glaube das ist bei den letzten zehn prozent irgendwie so war das aber ich könnte mich auch irren sieht aus wie hier von der rocker ja ne jetzt war der übergang schön 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 ist ja ich wollte gerade gucken wegen hallen aber ohne flimmer alles kann man nichts machen so jetzt aber auch sehr gut wir kriegen was dann können wir gleich halten so wie ihr seht sind wir dazu gemüllt das ist schon mal ganz gut ich hoffe wir kriegen das irgendwann hin mit größeren taschen wir haben 120 ungefähr das dürfte für den anfang theoretisch erstmal reichen ich habe auch noch schon ein paar ballen hergestellt von daher auch mensch ich gedacht halten sie den direkt am anfang ob wir denn nicht argsfüllschaden bekommen und wir kriegen den schaden nicht naja so kann man auch schaden vermeiden was haben wir hier schwere Rüstung na gut Zauberschaden und Teilung ist jetzt nicht so ganz meins aber gut aber gut tja hier haben wir erstmal alles weggefahren ups so und nochmal ja ich bin schon wieder die 1,5 Sekunden geholt die haben wir fertig waren doch echt fleißig muss ich sagen grundhof 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 wildes elek da 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 hinten ist noch alles dann kriegen wir die auch jetzt gleich fertig schön dann müssen wir noch gucken mit den vögeln dann haben wir die erste partie quasi fertig dann können wir auch wir können recht viel abgeben Corki können wir abgeben die können wir dann abgeben wir müssen dann wieder ein bisschen hin und her das heißt wir müssen nachher hier hier sind auch die vögel hier sind welche oh sieht gut aus und dann können wir nämlich in einem gleich auch verkaufen und da können wir gucken war auch schon was schönes wir da herstellen können haben wir die nicht nein mal gucken ach wir haben die ok Brustplatte fehlt ah gut die Brustplatte brauchen wir glaube ich noch ein bisschen bis wir die kriegen was versteckt da im Gras oha ok hier machen wir noch nicht hier wird noch ausgepult bekommen ich habe nur Kirsch ich hoffe die Gruppe kommt nicht ok nein aber das Ding wenn die Eis verladen kann werden wir ausprobieren ja es geht man kann Wind in Eis fangen anscheinend nicht für lange 65 ich sag mal so das dürfte eigentlich der Grund sein was war denn da blödsinn eigentlich ähm hm blödsinn eigentlich hm 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 so wir sind so gut wir sind so gut wir sind so gut fertig so würde sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn sie da heißt let's play wb ich hoffe diesmal ohne unterbrechung und auf wieder gesehen ach ja lass dein abon da lass dein daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten folge